Und da sind wir schon wieder, und da geht's auch weiter. Vierer Runde. Guck mal, dass da dein Spiel nicht unbedingt gleich wieder anfängt. Das Geräusch mir nicht, beziehungsweise der Spielsform vorhin. So. So. Ich weiß nicht, ähm, wie lange wüsste ich noch irgendwie deinen Foxhole machen. Weil entweder wir nehmen noch einen Part auf, oder wir machen noch mehr, aber... Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, ich widme mich gleich ein bisschen. Hm? Ich widme mich gleich ein bisschen LOL. Willst du mitmachen? Ja, mal gucken. Vielleicht nehme ich Dennis mit. Ja. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr fang. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr fang. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, mach hier, da waren wir fast für die Faschhalle, dann oft ab, das ist cool. Ich werde mir dann erstmal schnell noch eine Pizza reinschieben. Ja, das machst du dann vorher. Obwohl, LoL werde ich nicht mit Livestream machen, weil ich werde dann mal Jokey gucken daneben. Ah, guck mal mal. Eine Runde Livestream und danach eine Runde Jokey oder so. Ja, aber ich will hier unbedingt nur eine halbe Stunde oder so streamen wegen LoL machen. Das wäre ja sinnlos. Wenn, dann sollte ich das schon durchgehen. Ja, Jokey kann man auch immer noch gucken. Ähm, naja, ja. Interessante Sachen kommen meist jetzt und dann später kommt nur der, was nicht mehr so interessant ist. Alle gucken, auf dem so Geflaschleimer machen wir mehrere Mal die Jokey verkehrt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin hier der Decke fest, ey, Leute. Oh Oh Tja Jetzt ist er noch eine Ah Tch, tch, tch ... Zoh ... Ich bin jetzt noch mal ein ... Tch, tch ... 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.